Eine neuwertige Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin-Friedrichshagen. Das Objekt wurde 2000 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 750 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017